Ich brauche gar kein Geld mehr, im Gegenteil, ich habe so ein Tresor zu Hause, da bewahre ich meine Tale auf und beim Geldbaden schwappt es ganz oft schon oben drüber, das ist ganz unangenehm, dann fällt das so raus und dann sammeln die Nachbarjungs das auf, das ist ärgerlich. Ich brauche kein Geld, das kriege ich eh alles nicht mehr ausgegeben vor der nächsten Währungsreform. Nein, ich bin hier aus Spaß, ich freue mich auf die Sendung.